Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute einen weiteren Mail-Day hier bei mir. Ich habe hier diesen Brief bekommen, den werde ich jetzt mal öffnen. Und zwar sind hier drei Karten, die ich erworben habe und eine Bonus-Karte. Und zwar ist es eine 2023-2024 Panini Hoops Rookie-Karte von Anthony Black. Danke für die Zugabe. Dann habe ich hier eine 2022-2023 Panini Recon Franz Wagner nummeriert 83 von 99. Sehr schöne Karte, schöner Effekt, schöner Pop. Dann die nächste Karte, ebenfalls eine Franz Wagner. Eine 2022-2023 Panini Mosaic Purple Fast Break Franz Wagner. Und das Ganze nummeriert 88 von 99. Sehr schön. Ich danke dir für die Karten, die sind gut angekommen. Dann habe ich hier eine 2022-2023 Franz Wagner Dondros Elite Hyper Red oder Asia Red. Weiß ich nicht so genau. Das Ganze ist 62 von 88. Ich glaube Elite Asia Red. Die Karten sind so zwischen 12 und 25 Dollar wert. Ich danke dir dafür, ist alles gut angekommen. Ja, ich bin damit raus. Sage danke, bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren und abonnieren und lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao.